Links vom Strand waren aber keine Vögel, sie sind meistens hier... Okay, erstmal kurz Hallo und herzlich Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Hallo. So, Farley ist er. Halt mal ein bisschen Ausschau da oben. Ich renne mal hier am Strand lang. Wir suchen einen Peteranodon. Ey, der Zürcher wird da langsam voll, wa? Ist knusprig dabei. Ja, Johnny hat ja schon eine kleine Hütte gebaut. Aklausis Boot ist weg. Ja, wir sind mal ein bisschen auf Tour gegangen. Shippon. Shippon. Das bietet sich ja an mit einem Schiff, ne? Und, ja, ganz interessant. Also das, was wir bis jetzt schon gesehen haben. Sehr viele große Fische. Äh, was hab ich denn hier für einen? War das jetzt 145? Hätte ich da jetzt richtig geguckt? Das ist gut möglich, ja. Nee, 15, 15. 15. Ja, eine 0 dahinter wäre besser, dann hättest du nämlich schon max Level. Ja, aber will ich gar nicht haben, weil ich das Fleisch dafür habe, so richtig. Okay. Weil wenn, dann will ich dann auch richtig schön mit Point Seem. Ja, ich lebe da unten. Was ist denn das da? Ach, ein Trezera-Tops im Stein. Der guckt da nur in den Kopf raus. Hab mich grad die Bühne. Na gut. Ähm, was fressen die Pedris nochmal? Fleisch. Fleisch, ja. Oh, hier sind, hier sind 140er Trezera-Tops. Baby. Oder halb so jugendlich jedenfalls. Alter, ist das hell bei mir. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Dings runterschrauben. Du bist immer noch am Strand nach links unterwegs, ne? Sehe ich dich da unten? Genau, genau. Ja, ja. Äh, warte, ich glaube, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Ein Stückchen weiter war eine Herde an Kylos. Eine Herde? Ich brauche halt mal einen Flugsaurier, damit ich wieder zum Bock komme. Hui. Was ist mit dem hier über dem Baum? Am blauen Strahl? Ist der ein Oranger? Hab ich den jetzt. Äh, ist der orange? Oder ist da jetzt ein neuer? Ach, bis level 55. Keine Ahnung. Hab ich keinen Bock drauf. Ja, der ist leicht orange. Okay, äh, der war glaube ich level 15, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Okay. Ein bisschen höher kann auch denn doch so sein. Er muss keine maximale Wehr haben. Also jetzt am Anfang noch nicht. Ja. Ich zeig mal was höher. Oh. Echt ganz schön hell. Hier vorne am Wasser, das ist ein Agentaris, glaube ich, oder? Agentaris wäre auch nicht so verkehrt, wenn man den ein bisschen verpackt kriegt. Äh. Und hier links ist auch noch einer am Wasserfall. Wo bist denn du? Am Wasserfall. Sag du, dass du geflogen? Vor dem Wasserfall? Ne, ich bin links weiter geflogen. Da, wo du auch... Ach, da oben bist du, alles klar. Da, wo der Wasserfall ist, siehst du das? Ja, 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 beruhigen Sie sich. Du bist in der Luft, ich nicht. Äh, äh, äh. Äh, äh, genau. Am Wasserfall ist auch noch einer, aber ich sehe das Level nicht. So, was ist denn das da oben? Ach, das war der Charlie. Okay. Ja, links von mir ist der, der landet gerade am Baum. Ach, da unten. Ja. Da, wo die, äh, da ist auch was. Äh, 145. Ja, siehste. Ey, hier steht da eine Hütte. Ja. Ist das der Gorkenking? Wahrscheinlich. Du hast doch was gesagt vom Wasserfall, oder? Ja. Ey, ich muss ja echt noch was einstellen, ey. Oh, wie ist das der gerade echt voll. Hast du, hast du, hast du Gorkenking da? Genau. Deine Hütte. Ja. Ich steh dich. Wo haut denn jetzt die Katze hin? Katze, bleib hier. Weiß ich nicht. Bleib hier, du doofe Katze. Jetzt ist sie wieder da. Ist einfach ab hierhin. Ja, der Vogel ist nach oben geflogen. Guten Tag, Herr Gorkenking. Guten Tag. Willst du rein in den Plan heute? Ja. Gut, hast du. Gut. Ja. Äh, wo war denn jetzt der blöde Petri? Der 145er. Hier. Ja, nicht bei mir. Bei mir hier oben. Siehst du mich? Der ist immer noch an der Felswand. Seinen Hohn wollte ich gar nicht. Das dauert doch wieder so lange. Ja. Warte, nein. Ich suche was kleineres. Ich will jetzt keinen 145er haben. Das dauert mir echt zu lange. Ja, dann kannst du ja auch hier den Orangenen am Wasser nehmen. Urlaub 35, den Echsen. Und Level 5, ne, ist ein bisschen tolle. Level 50, Level 70, alles. Das wäre alles schön. Das war der 145er da hinten, wa? Was ist hier am Wasser für einer? Ja, der ist zu weit, zu weit draußen. 135 ist der. Ah, das ist zu hoch. Ich meine, das ist zwar nicht schlecht, aber... Welche Richtung bist du jetzt gelaufen? Na, weiter an den Strand lang. Weiter am Strand, okay. Ja gut, man kann ja auch ein Perla Gornis nehmen, die hier am Wasser sind. Die sind nur ein bisschen schwieriger zu fangen. Sagst du als Profi? Level 90, da haben wir noch einen. Ups. Der sitzt. Der kommt auch gerade Richtung Strand, oder? Komm mal, ja, hier. Na, Schildi, wie hoch bist du? Oh, 140. Heranwachsend. Tschuldi. Komm, Schildi, Chris sitzt auf dem Maul. Du musst bloß heranwachsend. Ich hab dann auch gestern, äh, die Höhle der Verdammten gefunden. Aha. Höhle der Verdammten? Ja, wo sie dem einen im Käfig die Haut abgezogen haben. Achso, ja. Du was? Ja, hier gibt's eine schöne Robine. Folterkammer. Echt? Eine schöne Robine als Folterkammer, ja. Ja, da siehst du noch die Leiche mit einer Axt im, im Rücken und... Oh. Sieht echt gut aus. Ich seh hier einen Schatten von Vogel. Wo ist denn der Vogel dazu? Warte. Oh, 145er, männlich. Ich hab auch irgendein Flugtier. Da ist Level 90. Der wär schon ganz, ganz nice. Der müsste nur mal irgendwie landen. Und nicht gerade im Wasser landen. Stirb, Schildi, stirb. Ich glaube, ich muss mal gleich meine Grafikanstellung komplett überarbeiten. Okay. Sie fällt mir vorne und hinten nicht, wie sie ist. Das ist zu grell. Jetzt ob mir hier einer der Sonne nebenanrein gestellt hat. Was ich auch ganz interessant finde... Ja, gut, dass ich nicht streame. Aber das soll bald demnächst kommen. Die streamen, sobald das der neue Internetanbieter da ist. Dann hoffe ich doch mal, dass das auch klappt. Level 15 per Lagornis. Gut zu wissen. Werde ich gleich tun. Na, ich hab bloß vorhin die Optimierung von Nvidia Experience genommen und jetzt ist es richtig kacke. Wo ist er jetzt hin? Welche Richtung stehst du rum? Immer noch am Strand. Immer noch? Immer noch in derselben Richtung gelaufen. Alter, Schildkröte. Bisschen Cliffhanger. Hey, du bist so Richtung weißer Strahl unterwegs, ja? Weißrotten, ich sehe keinen weißen Strahl. Okay, Richtung Obelitzk? Ja. Ich sehe dich doch. Ich sehe dich, ich sehe dich, ja. Also, für euch zur Information, an den Stränden liegt auch Schicksgut, was angetrieben würde. Ja gut, kannst du halt nichts mit anfangen. Doch, kannst du mit der Pickaxe aufhacken und da sind dann Sachen drin, wie... Ich hatte gerade ein Schwert gefunden. Was? Was? Ich hab doch noch vorhin was ich gefunden. Schnell zurück. Alter. Ich hab doch noch was ich gefunden am Strand. Pfeile. Ich glaube, meine Schildkröte hat ihren Beruf verfehlt. Wieso? Krabbelt gerade hier den Berg hoch. Das ist die Inkarnation von Reinhard Messner. Wahrscheinlich. Nicht mal ich komme noch hoch. Ach, du hast die Kisten abgeholt, kann das sein? Ja. Ah, ich wollte auch... Ja, natürlich. Ja, aber wann stirbten die mal? Das muss um Jahre handeln. Okay. Mein, ist immer dasselbe, immer wenn du was suchst, weißt du? Ja, das kennen wir doch noch vom alten Server. Und dann nachher stehen sie alle wieder auf der Haustür, genau die richtigen Level. Ja, genau. Ich meine, ich hätte Bock auf seinem... Oh, das hätte ich schon Bock, aber die müssten auch mal landen, die... Ja. Die jeweils, die vernünftigen Level, Level 20 ist ja auch noch zu klein. Wo ist denn jetzt hinten da? Schildkröte kommen doch runter. Level, 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 was war denn das? 65? 50, perfekt. Ah, junglich. Ist nicht perfekt. Da komme ich doch irgendwie hoch. Krieg ich mit der Axt. Ansonsten nehme ich den, den der im Felsen verpackt ist. Was hat der für ein Level? 15. Oder 20. Kann nicht wahr sein. Jetzt komme ich da echt nicht hoch, wo die Schildkröte hochgekrabbelt ist. Ja, zum Anfang vielleicht reicht das ja. Er ist ein bisschen dolle schwach auf der Brust. Er soll mich gar noch tragen können, das... Das kleine Tierze. Jetzt, äh. Die Schildkröte will mich echt verarschen. Jetzt haut die wieder ab. Ach, ich lauf zurück, weißt du. Ich guck nochmal bei uns am Strand. Dann ist mir sonst zu weit hier alles. Hm. Ich meine, die Katze ist toll unterwegs, also. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zulegen. Eine schöne Katze und einen Wolf. Das ist aber keine Katze, das ist doch ein Säbelzahnzieger, oder? Ja, eine kleine Katze. So, ach, Level 15 ist auch so klein. Mensch, entweder sind sie zu hoch oder zu klein. Ja. Ja, nein, nein, nein. So, hier vorne müsste doch der Gurkenking sein, genau. Was? Ja, lass mich gerufen. Mit oder ohne, Dill? So, komm ich jetzt weg. Ganz viel Fleisch. Fleisch? Arsch. Oh, Level? Doch, doch jetzt. Das hat er doch nicht geschafft, der Kleine. Hier ist auch einer. Okay. Äh, Level 20. Hier ist auch noch ein Petri. Level, äh. Komm, mach schneller. 15. Oh Mann. Alles sind Kleinvieh. Ja, ich bin jetzt bei uns wieder am Strand da hinten. Ich bin hinter dir. Alles klar. So, was hat denn der da oben für ein Level? Level 50, perfekt. Wo? Der muss jetzt hier, der hier fliegt hier über mir. Oder fast über mir. Der muss jetzt nur noch landen, der Kleine. Ja, ja, ja. Mit einem Enterhaken, genau von Zelda. Da werde ich gar nicht hier sofort hochgekommen. Na, gib doch Quäplinghook. Komm runter, du. Speine holen. Ja, ja. Ich rauf kein Schirmgefett mehr, ich auch nicht. Jetzt kommt er, oder? Ja, da sind zwei Stück. Was hat denn der andere auf dem Level? Kann man ja mal beide angucken. Jetzt sind sie, glaube ich, unten, ne? Der ist 15, okay, den will ich nicht. Ich will den grünen. Komm doch mal runter, du. Warte, ich lande mal kurz vor der Base und mal gucken, ob er dann hinterher kommt. Jetzt ist er im Sturzflug. Da hinten ist auch noch einer, sehe ich gerade. Ja, am Stein, ne? 130. Boah. Aber ich wurde beklaut. Da wurde schon, meine Bären wurden schon wieder geklaut. Oh, brausam. Diese dämlichen Viecher, ey. Hier hinten ist einer am Strand, aber ich weiß nicht, was ihr für ein Level habt. Ich guck mal gerade. Ey, die hat meine Crafting Station geklaut. Ne. Doch, ich habe doch noch eine im Inventar. Ach, du liebe Gott. Ich wurde zweimal beklaut. Dann hinterher. Ja, ich töte ihn jetzt. Wo ist der, 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 wo ist der. Jetzt habe ich aus Versehen, eine Schildkröte angehittet. Gebt meine, blöde. Jetzt habe ich sie wieder. Boah, voll der Höhe. Unordfassig. Das ist Standard. Ich kann nicht sehen, was der für ein Level hat hier. So, wo ist denn jetzt der Grüne? Jetzt habe ich den verloren, natürlich. Guck mal hier am Strand, was hat denn der für ein Level? Warte, guck mal. Äh, 20. 20. Ne, ich wollte den Grün haben. Wo ist denn der Grüne? Da oben ist er. Der fliegt immer noch ganz fröhlich vor sich hin. Er ist jetzt, äh, gelandet, aber oben auf der Klippe. Ja, toll. Ah, jetzt kommt er wieder. Ja. Da, 50. Das wäre echt ein gutes Level schon. Das reicht vollkommen hin. Tja, ich komme da nicht hoch und, äh, er kommt auch nicht runter, der. Soll ich mal vertreiben? Ja, vertreiben macht ja keinen Sinn, denn... Jetzt könnte er, jetzt könnte er kommen. Wird ein bisschen Glück. Hm. Mensch, lande doch mal, du... Sautier. Erstmal ein paar Nachos, klar. Ach, der ist hier oben auch, ja, ja, ich seh'n. Könnten ja auch mich lenken und in die Basis, äh... Ja, ne, der greift dich ja nicht an. Der haut ja ab. Ja, nur dann, wenn ich ihn angreife. Dann kommt denn der her. Oder? Nein, der greift, der haut, äh... Der haut direkt ab. Genau. Jetzt ist er hier an den Bäumen, ne? Echt, findest du die Grafikeinstellung jetzt so besser, ja? Also mir gefällt sie immer noch nicht, Jans. Also ganz ehrlich, Bumble, bleib mal unten in der Base und wie einfach zu Fuß, weil, äh... So haben wir... Wir landen so viele immer. Ja gut, ob ich jetzt nur zu Fuß oder mit Katze schneller renne, das macht ja keinen Unterschied. Einer ist hier über dem Felsen, mal gucken wir mal. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich heute gute Laune habe. Der Schlimm, gute Laune. Ja, ich mach... Burschtbar, sowas wird hier nicht geduldet. So, ich probier mal was zu diesen... Oh, da vorne ist ein Alu. Da sollte ich... Oha, ein Terrorbird. Da sollte ich vielleicht aufpassen. Das waren ja die Fischer, die nicht fliehen können, ja? Ja, die so gleiten, ja. Ja. Den Sprung hab ich gesehen. Was? Wo ist denn... Fischerstrahl? Bist du etwa ein Stalker? Der ist hinter dir hergesprungen, ne? Der Terrorvogel. Ja, gut. Aber der ist ja anderweitig beschäftigt. Ich höre, dann nehme ich mir jetzt irgendeinen blöden Vogel. Das war doof, aber... Wahrscheinlich hat der hier wieder Level 20. Dann sag ich doch. Welcher Grüne kommt einfach nicht runter? Den will ich haben. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich muss hier noch ein bisschen was rumfummeln. An der Grafik. Für Jens zufrieden bin ich immer noch nicht. Was machst du denn? Bummel. Ja, das ist das, weil ich dachte, das Ding halt besser ist, wenn ich das über... Na, das war schon... Über halt NVIDIA Experience halt diese optimale Einstellung halt machen lasse, aber das war glatte Gegenteil, weil gestern hat es mir sehr viel mehr gefallen. Da ist einer. Level 50. Hast du was gekundet? Ja. Den schnapp ich mir jetzt, da. Vor der Base ist auch einer, ne? Bei dir. Ich weiß aber nicht, welches Level der hat. Ich habe jetzt einen gefunden. Okay. Aua, ich wurde... Ich wurde beklaut. Oh, meine Betäubungspfeile. Ernsthaft, jetzt? Oh, nee, ne? Wo ist das hier hin? Da ist er. Ein Baby. Wie killt den erst mal? Ein Baby hat nie geklaut. Ich wollte gerade betäuben, jetzt klaut er mir meine ganzen Betäubungspfeile. Und könnt ihr es nicht mehr weiter betäuben. Ein Baby, Profis. Ja, das kann hier nicht passieren. Wo sind das vier hin? Jetzt hat doch mein Fleisch geklaut. So, jetzt hat er. Der hat so eine schnelle Katze und lässt sich beklauen. Ja. So, du. Damnlack. Wo ist jetzt meine Katze? Da. Warum kommt die hier nicht vor? Ich glaube, das ist jetzt bedeutend besser. Moin, moin. Oh, er liegt. Oh, Mann. Was ist das eine E-Bord? So, packen wir mal Fleisch rein in den Kollegen. Ich brauche unbedingt irgendwelche Bären, die wieder auf die Null gehen. Leute, mal eine ganz blöde Frage, ja. Kann das sein, ohne Scheißsätze, dass irgendwie auf der linken Seite der Himmel so ziemlich orange ist? Oder kommt das jetzt nur gerade bei mir so vor? Ja, nee, kann schon hin. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt wird er klar. Das war gerade nebelig. Nebelig? Nebelig. Also, bei mir sah es fast aus, als ob da ein Wüstensturm ist. Sag mal, frisst ja, Gok. Könnte gut möglich sein. Ist ja Gok kein Fleisch, der blöde Vogel. Ja, kann das echt sein, dass ich hinten schon eigentlich in die zukünftigen Dingsbiom bin? Wissenbiom, vielleicht? Das sind die Anfänge, ja. Oder frisst ja nur Fischfleisch. Haben wir Fischfleisch, Ongel? Ne, wir haben den gestern auch mit normalem Fleisch. Nein, ich habe einen anderen Vogel. Hey, Keule, danke für dein Haus. Hast du einen anderen Vogel? Ja, ja. Muss ich Fischfleisch anscheinend suchen. Welchen hast du denn geholt? Den Pelagornus. Auch du. Finde ich ja nur gerade keine Fische. Fischis. Eine Tiefseekatze habe ich jetzt. Tiefseekatze. Wie war es doch schon? Nein. Hilfe, 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 Hilfe. Ach, toll. Dann komme ich doch jetzt gar nicht an den Fischfleisch rein. Wie war das, dass man schnell was aus dem Inventar rausklatschen konnte? Mit O. Mit O. Eislohn. Ooooo. Oder er muss noch ein bisschen weiter runterhungern und das erste Mal fressen. Kann auch sein. Wie Hunger hat er denn jetzt? 40. Ich glaube, 50 braucht man viel normale Fleisch. Ich komme mal zu euch. In der Base. Seid ihr gerade da? Äh, in der Nähe. Ich warte jetzt mal 50 Hunger ab und dann... Wenn er nichts frisst, dann weiß ich, dass er Fischfleisch braucht. Nee, aber ich jetzt wirklich das Fleisch nicht rausnehmen. Wird auch. Komm, friss weiß. Er frisst nichts. Okay, er braucht Fischfleisch. Scheiße. Fröchfleisch, ja. Das mag ich auch. Ah, jetzt darf ich gerne noch irgendwelche Fische suchen. Welche Fische? Hier vorne müssen doch theoretisch auch Fläche drin sein. Mehr Richtung Strand, oder mehr Richtung Burg hinten? Nee, Richtung Strand vorne bin ich. Ich dachte, du stalkst mich hier die ganze Zeit. Wo bist du denn? Hör mal, der Grüne ist gelandet, ne? Direkt an der Base. Beim Knochengeripp. Ernsthaft. Nimm doch den, ja. Stimmt. Was bist denn du? Ah, hier, Pelikon. Da ist auch ein Baby, äh... Ja, ein Baby hab ich gesehen, das wollte ich ja nicht. Ich will ja jetzt sofort zum Fliegen haben. Ja, und der, der, der Grüne geht nämlich genau, der ist hinter der Base. Fang den! Mal gucken, ob ich noch Zeug finde. So, jetzt... Siehst du mich, wo ich schwebe? Nein. Jedenfalls ist der da, kurz vorm Torbogen, wenn du hinter die Base gehst. Bin unterwegs. Alter, ich sehe ja die, ach, da oben ist die Burg. Ja. Ich sehe es ja jetzt. Das ist manchmal so, dass Burgen oben sind, ja? Nee. Ja. Oh, ein Schuss. Der Kleine. Du bist ja so gebildet. Ja, natürlich, höre, da machen wir doch keine halben Sachen hier. Der wird zack, zack. Geht das los? Sehr schön. Das mit dem Schiff ist gar nicht so falsch. Guck mal, ob ich, äh... Ah, ein Dildo. Was, ein Dildo? Ein Dildo? Ja, der Dildo jagt mich. Ach, Dildo. Dildo, Dildo. Guck mal, wo der rote Strahl ist. Ich weiß nicht, ob ich da was machen kann. So ein roter Strahl ist ja selten. Oh, ne, da ist ein Dieb. Hau ab! Ja, ähm, Don't Fly and Drive, äh, da kommt heute noch, ähm, Infovideo zu. Ähm, Don't Fly and Drive gibt es an sich so nicht mehr, weil wir uns gedacht haben, wir nehmen die neue Karte und spielen hier weiter. Auf Ragnarok. Und hier gibt's ja die Greifen und, äh, die Karte ist ja so groß, darum haben wir uns dafür entschieden, dass wir wieder mit, äh, Flugsaurier spielen. Da kommt das Ganze zusammen. Ja, sonst wär ich nicht dabei. Ja, sehr angenehm, war der größte von der Karte. Ja, hab ich grad gesagt. Echt, ja? Ja. Boah, ich glaub, ich hab mein Ei verloren. Ja, ein Dildo eigen. Dildo? Ich hab mein Ei verloren, das hört sich auch... Ja. Ah, herrlich. Letziges Twilight. Hier oben war so ein Baby, äh, äh, Tritz. Bitte calm. Äh, ne, was heißt Schiffe? Äh, das ist jetzt schon. Schiffe ist ja erlaubt. Das ist ja auch Drive, das ist ja auch Farm. Ja, also das ist ja auch alles okay. Hau ab! Alter, wie viele Liebe haben hier, die Flugsaurier ging's halt am, äh, am Anfang. Weil ich finde es entschuldigen, wenn man nur noch mit einem Flugsaurier unterwegs ist, äh... Äh, Leute. Was denn? Kann einer für mich mal einen jugendlichen Triceratops mal, äh, kurz bewusstlos machen, wer nicht? Wo wissen? Äh, bei euch an der Base. Äh, bei rechts ist nämlich ein jugendlicher Triceratops, äh, ich glaube auch 145, was ich gerade gesehen habe. Ein jüdischer. Nur da oben läuft so ein Dieb rum. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Da oben, komm mit, komm mit, komm mit. Ach, mein Vogel wird's schon irgendwie schaffen, da hinten, Alena. Ah, da ist der Dieb. Da ist der Dieb. Ja, hau ab. Der hat mal ein Strohdach geklaut, ne? Der kann doch so freuen. Der lässt sich den Strohdach klauen. Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt hab ich den... Scheißegal, komm mal, komm mal mit, der ist egal. Na gut. Ne, der läuft mir schon wieder hinterher. Ja, wo bist du denn? Ne, hier oben. Links, geradezu, lau. Ach, da ist er. Ne, das ist ein Agro, denn. Ja. Ja, ich weiß, dass die hier sind. Was ist denn das für ein Vieh? Wo hab hier, komm, wie? Arschloch. Den haben wir so klein. Hier, hier, hier. Ja, 135, jugendlich. Voll geil, oder? Viel Spaß beim Großhine. Ja. Nur schön auf die Prägung achten. Ja, mach, 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 mach. Wird schon schief gehen. Ja, ich logge den mal in unsere Hütte so Richtung, ja. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an das Moped, was ich gefunden habe. Wo ich dann drei Stunden davor stand. Voll knuffig aus, ey. Ja, die Babys sind ja auch cool. Ja. Achso, falls du mal in Tee... Komm, vom Giga habe ich noch nie ein Baby rumlaufen sehen. Ne, das auch nicht. Ist das überhaupt? Ja, theoretisch ja. Nimmst du mal meine Katze mit? Ich soll seine Mullymuschie nehmen? Ja, mach ich. Mullymusch. Dass die dann nicht so alleine steht. Er ist runtergesprungen, der Kleine. Yeah. Ja, falls du meinen kleinen Teddybär sehen solltest auf der Karte, nicht zerstören. Das ist die Babymutt. Ich töte keinen. Keinen Teddybär. Guck mal, hier ist der Dieb. Ja, töte ihn. Ja, ja, die... So, er liegt. Okay, bei deinem Club-Saurier, ne? Ah, okay. Ich hab mein Strohdach wieder. Dein Baby liegt. Der Strohdach hat jetzt... Der Strohdach hat jetzt so der... Der... Der Tiger. Ja, das macht nicht. Warte, ich kann... Nein, ich kann es auch rausschmeißen. Das nimmt ja nur... Ja, du musst... Blau, Gelb... Das ist egal. Äh, lila sind am besten so. Oder halt Früchte. Die Wurst wahrscheinlich noch nicht haben. So. Ich hab den jetzt alles mögliche reinig. Ich spüße, der sucht sich ja schon das Beste raus, oder? Ja, 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 ja. So, Kollege, wie siehst du aus? Sag mal, haben wir eigentlich noch Betrügung in der Hütte? Ja. Guckst du unten in den Mörser? Ich glaub, linke Seite in den Mörser. Äh, in den nicht, okay. Achta. Oh, das ist ja auch nicht mehr so viel, ne. Das ist jetzt wirklich das Strohdach raus. 50, 80 Stück müssen das sein. Ich weiß nicht, was die... Das weiß ich auch nicht. Weil wenn sie den... Ich brauch ja erstmal nur einen scheiß Flugsaurier, damit ich hoch zur Burg komme wieder. Ja. Und dann zähm ich mir da auch die so, 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 so Bärenfarmer. Weil Treceratops, sag ich mal, bis da hochschleppen, ja, an den ganzen Alus und T-Rexen vorbei, wird schon ein bisschen haarig. Stimmt, ich muss ja was trinken. Hab ich ja vorhin gerade schon gesagt, oder? Ja. Gut. Oh ja, haben doch wieder eine gute Folgenlänge erreicht gerade. Ja, dann würde ich sagen, für diese Folge war's das erstmal. Wir sehen uns dann wieder, wenn Petri fertig ist. Ja, Wolfgang. Oh, Wolfgang. Oh man. Jüdi, tschüss. Tschüss. Damit voll. Jüdi, tschüss. Ja, ich habe littleы.